Klare Antwort. Die Zinsen bleiben niedrig und wenn sich die Zinsen bewegen, werden sie noch niedriger. Mit der Frau Lagarde ist die Richtung ganz klar vorgegeben. Kredite werden laufen, sie werden weiter gut laufen. Was soll das Handwerk machen? Es sollte auf jeden Fall nicht in Bonds investieren. Die Konjunktur wird wieder anziehen. Man sollte vielleicht Kredite aufnehmen für Investitionen, die möglicherweise dann im nächsten Jahr gebraucht wird, wenn die Konjunktur wieder anzieht.